Hallo, ich heiße Zoe und ich springe heute die Seilspring-Challenge. Los geht's! Side-Straddle! X-Jump! High-Step! Side-Step! Twister! Das hat Spaß gemacht! Wen könnte ich herausfordern? Anna Kling von Bayer 04! Challenge accepted! Side-Step! Links! High-Step! Side-Step! High-Step! 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 Super! Du hast es geschafft! Jetzt bist du an der Reihe Design-Spring-Challenge zu springen und dein Immunsystem zu stärken. Viel Spaß! bayern step off! Step off!